Und herzlich willkommen zurück zu der neuen BBS News, ihr sitzt richtig italienischen Schlachtschiff Stufe 9. Die Marco Polo ist auf Stufe 9 angesiedelt und hat kleine Besonnenheit, sehr interessante Besonnenheit, aber auch sehr negativ. Wir gucken uns mal die Stats an, so das sind die Stats, klappt hier 69.100 Leben, das ist eher arg wenig. Das ist ja so Stufe 7, 8er Schiff, aber für T9 ist das sehr, sehr, sehr wenig. Das ist ja eigentlich fast gar nichts, weil die, die, ähm, doch, die 8er, das ist mehr, mehr, ähm, 8er Leben, Pool ist das. Auf Stufe 9 haben sie fast knapp 18.000, 19.000 Leben und hier kommt sie mit knapp hier 69.000 Leben, das ist sehr wenig. Wir dürfen nicht vergessen, ist es noch VIP. Das ist der Einzelne. Wir haben hier 3x3, 4x6mm, das ist sehr angenehm. Ähm, leider, hier werden wir sie ein bisschen an der Nacht halten, 19km Reichweite, das ist ein bisschen wenig. Äh, der nächste kommt, äh, die, ähm, Armagi mit 19,9, das ist so knapp 20km. Hier kann die, die Armagi auf das Schiff noch schießen, dann fehlen auch 900 Meter noch. Aber ist eine andere Sache. Aber der Leben ist schon sehr arg wenig auf Stufe 9. Ähm, kommt noch voran, wie die Rüstungswerte sind, weil hier haben wir nur 32, das ist ja eigentlich mehr die Schiffspitze. Und, ähm, das ist so eine Sache. Aber wir, wir wissen nicht mehr, wie die Rüstungswerte frontal ist. Wenn es nur so, oh la la ist, dann würde ich eher, wog ich ja mir sagen, lieber mehr Leben geben. Ich glaube hier 17.000 Leben für Stufe 9, das ist eher, eher arg wenig. Maximal AP Damage sind wir bei 13.000. Die letzten krumme Zahl rechne ich dazu. Fluggeschwindigkeit mit einer AP-Kranade sind bei 800, äh, 836 Meter pro Sekunde. SRP 15.750. Wenn man sieht, die, ähm, SRP, ähm, ist es hier eigentlich, wie man sieht hier, das Augenmerkmal. Hier machst du ein bisschen mehr Damage, äh, Fluggeschwindigkeit ist identisch. Nachladezeit sind wir bei, ähm, 33 Sekunden. Das ist arg sehr hoch. Ähm, die Besonderheit hier ist mit weißen T9 Schiff. Das kann man ein bisschen reduzieren. Kommen wir hier auf, klappt 30 Sekunden. Komplett auf 180 Grad drehen wir so bei 30 Sekunden. Streuwerte sind über 52, ähm, Metern. Sigma-Wert von 1.8. Ist ganz angenehm. Ist, kann man sagen, ist sehr angenehmer Wert. So. Die Flughafen-Sekretärin reden wir nicht drauf weiter ein. So, maximale Spieltarm hier 32 Klo. Ist angenehm. Ruhe und kompletter Schiffsträum bei 860 Meter. Das ist relativ viel. Ruhe-Stellzeit von 16,7. Tarnwert von 15,3. Mit Tarnungsmeister, Tarnungsmodul und Tarnung. Komm, wir werden, glaube ich, äh, auf, klappt, 13 Paar quetschte. Ähm, auf der Reichweite sind wir bei 11,8 Kilometer. Kann man sagen, 12. Wenn wir rechnen, auf 12 Kilometer sind wir offen. Ab, vor allem bei Nebel sind wir bei 15 Kilometer. Die, die 200 Meter rechnen wir dazu. Wir haben hier Damage-Gefurr-Party, die Repertur-Party und Jäger und Spotter. Okay, äh, wie man sieht, wir haben hier kein Nebel. Autsch. Das ist sehr besonders. Bei den, ähm, Schlagschiffen, bei den normalen, ähm, Vorschlossbäumen, was kommen, und kriegen alle Nebel. Oh, okay. Hier haben wir kein Nebel. Jetzt, ich hab mir so grob rüber geschaut, weil ich hab's aber nicht so, nicht ganz angeguckt. Kein Nebel, okay. Und das, da, dazu noch, hier klappen noch so wenig Lehm. Boah. Das ist so ein Schiff, was eher wirklich am Snipern ist. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie die Rückschungswerte ist, aber es ist reines Testschiff noch, wir wissen es nicht. Die Marco Polo wurde gerade eingetät, es kann sein, die ein bisschen mehr Lehm verpassen. Aber hier klappt es hier, 17.000 Lehm ist schon arg wenig. Ähm, ich weiß nicht. Ich bin erinnert, lieber bis, gib lieber Schiff, lieber mehr Lehm, allzu wenig. Und auf Stufe 9 ist das sehr, sehr wenig. Auf anderen Stufen haben viel, viel mehr, gehen schon fast richtig schon 18.000 Lehm. Und tatsächlich schon über 18.000. Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, das ist alles noch VIP. Wir wissen es nicht. Die Marco Polo wird erst getestet. Wir lassen uns überraschen, wie es wird. Und wir sehen uns nachher auch mit der anderen Schiff. Haut rein. Und eure Meinung zu die Marco Polo, wie ihr das Schiff so findet es erstmal, so grob artig. Haut rein.